Der erste Titel der Saison ist vergeben und die Pressekonferenz ist auch vorbei. Das heißt, für uns ist auch langsam Feierabend angesagt. Das war es aber noch nicht mit Handball. Wir versorgen euch weiter. Schaut vorbei auf unserem Kanal. Morgen gibt es dann noch die Stimmen zum Spiel. Und einschalten lohnt sich auch, denn um 9.30 Uhr ist Weltmeister Christian Blecki-Schwarzer bei uns im Interview. Zu hören bei Sportradio Deutschland. Bis dahin wünschen wir eine gute Nacht. Macht's gut!